Ich bin ein neugieriger Mensch, ich will allen Dingen auf den Grund gehen, ich will neue Dinge entdecken. Ich bin aus Wien ursprünglich, dort habe ich Technische Physik studiert. Ich habe dann an der Uni Stuttgart promoviert und dann ging es ganz klassisch weiter, zuerst in die USA. Dort war ich dann am MIT. Nach zwei Jahren habe ich den Schritt zurück nach Deutschland gemacht, bin ans Forschungszentrum Karlsruhe gewechselt. Ich habe dann aber noch andere Erfahrungen sammeln wollen. Ich bin dann in die Industrie gewechselt, zu einer Unternehmensberatung. Hat mir wirklich große Freude gemacht, aber es war dann doch nicht ganz so die Forschung und die Wissenschaft. Ich habe dann einen Weg zurückgefunden ans Karlsruhe Institut für Technologie und am Anschluss bin ich ans Forschungszentrum Jülich gekommen. Mein Name ist Ruth Schweiger, ich bin Direktorin hier im Forschungszentrum Jülich. Ich bin eine der Direktorinnen am Institut für Energie und Klimaforschung. Ich leite dort einen Institutsbereich, das IEK II. Jülich hat eine tolle Ausstattung, wir arbeiten interdisziplinär, wir arbeiten an hochrelevanten Themen, wir tragen zu Lösungen von gesellschaftlichen Problemen bei. Ganz konkret, wir arbeiten an Materialien, die für die Energiewende von großer Bedeutung sind und ich denke mir, das muss das Ziel sein. Wir arbeiten am IEK II an vielen verschiedenen Projekten. Wir arbeiten experimentell, wir arbeiten mit einer Simulation und in den nächsten Jahren wird vor allem die Digitalisierung der Materialwissenschaften ein großer Fokus bei uns sein. Zusammen mit anderen Einrichtungen in ganz Deutschland entwickeln wir eine Forschungsdateninfrastruktur, damit wir unsere experimentellen Daten, die Daten auf Simulationen nachhaltig nutzbar machen können und das wird uns einen großen Schritt voran bringen. Die Vernetzung mit anderen Forschungseinrichtungen, mit Kolleginnen, die in anderen Ländern arbeiten, hat einen sehr hohen Stellenwert. Das bringt natürlich die Forschung voran, aber eben nicht nur, sondern wir lernen auch andere Kulturen kennen, wir lernen auch andere Sprachen kennen und auch die anderen Wissenschaftssysteme. Also das Gute an der Arbeit ist, es gibt keine typische Arbeitswoche. Ich glaube, das ist das besonders Schöne, man findet immer etwas Neues, es muss immer etwas Neues entdeckt werden und man hört nie auf zu lernen. Es gibt natürlich tägliche Routinen, also normalerweise starte ich in der Früh mit der Verwaltung und danach geht es schon mal los mit Gutachten schreiben, Meetings, Strategieentwicklung, Diskussion mit anderen Kolleginnen und Kollegen, natürlich die Berichte schreiben und die Arbeit mit meinen Doktorandinnen. Ich wollte schon immer junge Leute für Forschung und Wissenschaft, für eine Karriere in der Wissenschaft begeistern und das fängt halt schon bei den Doktorandinnen und Doktoranden an. Ich bin nach dem sogenannten Jülicher Modell berufen, das heißt ich bin Direktorin hier am Forschungszentrum Jülich und gleichzeitig auch Professorin an der RWTH Aachen. Ich bin dort Lehrstuhlinhaberin und mein Lehrstuhl trägt den Namen Werkstoffe der Energietechnik. Konkret bedeutet das, dass ich an der RWTH Vorlesungen halte, dass ich Doktorarbeiten betreue, Masterarbeiten und natürlich damit beitrage, dass die Forschung aus dem Forschungszentrum auch an die Hochschule kommt. Das Forschungszentrum bietet unheimlich viele Möglichkeiten, sich selbst weiter zu entwickeln, neue Forschungsthemen zu entdecken. Für mich war die Professur einfach ein Traumjob und wenn man diesen Traum hat, dann sollte man den auch hartnäckig verfolgen.